Moin, die Slides haben immer mal so unterstrichene blaue Texte. Wenn ihr euch die PDFs runterladet, sind das Links. Die Idee ist, dass ihr dann vielleicht Sachen damit finden könnt. Ja, was finde ich hier eigentlich spannend? Also bei CADTs, bei konfliktfrei replizierten Datentypen, geht es um eine Art und Weise, Daten zu organisieren, die mir das irgendwie die letzten Monate sehr angetan hat. Für mich war das alles sehr neu, glitzernd und aufregend. Insgesamt gibt es das seit vielleicht etwa 2006, so mehr oder weniger, und wurde dann deutlicher eine Sache über die Zeit. Da ist auch viel Komplexität drin. Wenn ich an dem Topf mit der Komplexität lecken darf, dann macht mich das auch immer sehr glücklich, weil das ist genau der Geschmack, der so richtig auf der Zunge prickelt und gut ist. Das ist auch gerade in verteilten Systemen besonders eine Sache, die manchmal so gemacht wird. Und es ist auch eine Nische in verteilten Systemen. Also es ist eine Sache, die nicht jeden Tag vorkommt, nur für manche besonderen Probleme vielleicht interessant ist und nicht so, dass das typische Ding, wie vielleicht viele größere Softwareprojekte aufgebaut sind oder arbeiten. Und das hat es für mich auch noch mal mehr interessant gemacht, weil da ist irgendwie was anders und das wollte ich genauer kennenlernen und das fand ich verlockend. Genau. Es gibt irgendwie Anwendungsfälle. Ich habe irgendwie ein, zwei Mal verteilte Systeme gesagt, aber auch, wenn wir so Webseiten haben oder Apps haben, die offline ohne Internet weiter funktionieren sollen, dann findet das manchmal Anwendung. Oder wenn wir so Webseiten haben oder Dinge, wo Leute zusammen etwas machen können, zusammen an einem Dokument arbeiten können zum Beispiel. Oder kurz, immer dann, wenn wir unabhängige, vielleicht konfliktierende Veränderungen irgendwelcher Daten haben oder uns damit konfrontiert sehen, dann kann das hilfreich sein, über diese Konzepte nachzudenken, ob man die an Bord haben möchte oder nicht. Ja, wir versprechen uns davon auch irgendwas, nämlich, dass die ganzen unterschiedlichen Prozesse in unserem verteilten System, die das benutzen, vielleicht unabhängig voneinander arbeiten können, möglichst unabhängig, dass wir vielleicht eine einfache Art der Organisation oder Synchronisation haben. Ich sage einfach, weil die Art und Weise, da muss man sich irgendwie einmal reindenken, aber wenn das gelungen ist, dann ist es danach verhältnismäßig einfach. Wir versprechen uns eine hohe Verfügbarkeit in dem Sinne, als dass, wenn ich Software habe, mit der ich einfach offline und in den Wald gehen kann für eine Woche und die funktioniert und wenn ich dann wieder Internet habe, funktioniert die immer noch, dann ist das für mich sehr verfügbar. Ich bin nicht daran gebunden, ob irgendwelche Server da sind und die Server sind auch nicht daran gebunden, ob ich da bin. Das ist gar nicht schlecht irgendwie häufig und damit geht einher eine große Flexibilität. Also, wenn wir Software haben, die das können, kann, dann sind wir häufig in der Lage, dass die Anzahl Leute, die irgendwie mitmachen, ganz egal sind und auch wechseln kann über die Zeit oder dass wir gar nicht mehr so genau darauf angewiesen sind, vielleicht irgendeine bestimmte Datenbank oder API oder irgendein bestimmtes Protokoll zu sprechen, um davon profitieren zu können. Ja, das ist also das große Versprechen sozusagen oder wo das hingehen könnte. Dann sind wir an so einer Stelle, wo wir vielleicht Komplexität abwägen können. Ich habe hier so eine Grafik in der Prinzipia Discordia gefunden. Die Idee ist, häufig denken wir Ordnung ist immer sehr gut, Unordnung immer sehr schlecht, aber vielleicht gibt es sowohl Ordnung als auch Unordnung in schlechter und besser für je nachdem, was wir gerade machen wollen. Und mit anderen Worten, so ein Netz, mit dem wir Sachen aus dem Meer oder einem Teich ziehen, hat Löcher. Manche Löcher wollen wir da drin haben. Es kann auch andere Löcher haben, die es dann nicht haben sollen und ich denke, so ähnlich ist das mit Komplexität. Manchmal wollen wir, dass bestimmte Sachen komplex sind. Nicht immer. Genau, also wir sehen uns an so einer Stelle, wo wir irgendwie darum ringen, vielleicht brauchen wir eine bestimmte Komplexität in unserer Software oder brauchen wir sie nicht. Warum brauchen wir die oder denken wir, dass wir das vielleicht brauchen. Und im Rahmen davon wollte ich über drei Konzepte grob reden, nämlich einmal über den Unterschied zwischen Replication und Partitioning kurz. Dann wollte ich ein bisschen auf Datenbanken herumhacken oder eingehen und dann über Offline und oder Local First Software reden. Und von da aus springen wir dann weiter zu einigen Beispielen für die ganze Sache. Ja, Replication oder Partitioning. Also bei Partitioning, das sehen wir hier im Beispiel zwischen links und rechts, geht es darum, unterschiedliche Texte in unterschiedliche Töpfe zu werfen. Beispiel, wir haben vielleicht eine Bibliothek, die hat mehrere unterschiedliche thematisch sortierte Räume oder Stockwerke und der Vorteil ist, dass nicht alle Leute, die in die Bibliothek wollen, in dasselbe Stockwerk müssen. Das ist häufig gar nicht schlecht, weil die sich dann ein bisschen verteilen. Im Gegensatz dazu, Replication ist, wir machen mehrere Kopien von den gleichen Texten. Das ist manchmal ganz cool, wenn mehrere Leute in unserer Bibliothek das gleiche Buch lesen wollen. Also wirklich das genau gleiche. Und da sehen wir auch schon, wenn mehrere Leute in unserer Bibliothek das gleiche Buch schreiben wollen, verändern, dann wird es ganz schön schwierig, weil wir denen das dann sehr schlecht nur mit nach Hause geben können. Nicht wahr? Genau. So sieht es aus. Kommen wir zu Datenbanken. Ich habe einfach alle Bilder, die ich gefunden habe, auf eine Slide gemacht. Bei Datenbanken ist es ja so, ihr kennt das, es gibt unendlich viele. Es gibt die Tierdatenbanken, es gibt Datenbanken mit Sofa-Teilen, es gibt Datenbanken mit Blättern und mit geometrischen Primitiven. Und das sind alles auch auf jeden Fall sehr gute Datenbanken. Und ich glaube, nächstes Jahr ist die Trendfarbe für Datenbanken lila. Das ist also meine Einschätzung dafür. Und häufig gibt es auch enorm viel Software, die damit spricht. Also wenn wir irgendwie Software machen, sind wir häufig schnell in der Situation, wir haben nicht mehr nur eine Datenbank, wir haben nicht mehr nur ein Stück Software, sondern alle Leute machen alle Software und da wird alles furchtbar schlimm und aufregend. Aber wir können vielleicht zumindest im Rahmen dieses Talks so tun, als hätten wir vielleicht nur eine Datenbank. Dieses Ganze, was wenn alle Leute andere Datenbanken auch noch haben, das können wir später noch wieder dazu nehmen. Wir tun mal so, als wäre das Teil eines anderen Problems. Wir schieben das ein bisschen zur Seite. Okay, sagen wir, wir haben nur eine Datenbank. Unsere sehr gute Datenbank. Vielleicht kommen wir ganz schön lange damit durch, einfach nur eine Datenbank zu haben, wo wir alles machen. Aber vielleicht wollen wir irgendwann mehr. Vielleicht reicht irgendwann unsere Bandbreite nicht mehr, um all unsere Daten von diesem einen Server irgendwie runterzukriegen. Und wir kriegen raus, hey, wir müssen mit vielen Servern reden, sonst kriegen wir das nicht mehr verteilt zu allen Leuten, die zugleich an die Daten wollen. Und dann gibt es häufig solche Leader-Follower oder Writer-Replika-Konzepte, wo alle Schreibzugriffe durch einen Writer-Knoten gehen. Und diese Replikas, die ziehen sich einfach den ganzen Tag nur Kopien vom Writer und versuchen, möglichst aktuell zu sein. Und wenn Leute Daten haben wollen, die sie nicht gerade verändert haben, denn wenn sie die gerade verändert haben, sind die vielleicht nur beim Writer aktuell, dann können die sich die zuerst bei den Replikas holen. Und dann kriegen wir weniger Stress bei unserem Writer-Knoten für alle Lesezugriffe. Wir kriegen da so ein bisschen mehr Durchsatz hin. Wir sind in einer Situation, wo wir schon mal Stress verteilt kriegen. Und, das ist ganz interessant, wir sind in einer Situation, wo wir Failover machen können. Wo wir sagen können, wenn dieser Writer-Knoten irgendwie abstürzt, vielleicht können wir dann einen der Replika-Knoten zu einem Writer machen. Und vielleicht können wir das entweder automatisiert machen oder von Hand machen. Beides hat Vor- und Nachteile. Wenn man das automatisiert macht, dann kann das sehr schön schnell gehen, aber dann kann auch sehr schön schnell viel kaputt gehen. Vor allem, wenn wir in so Situationen geraten, wo das System sich ein paar Mal hin und her entscheidet. Denn immer wenn wir das machen, also angenommen unsere Replikas sind in der Situation, wo sie mit dem Writer nicht mehr gut reden können, dann wissen wir nicht, ob noch neue Dinge beim Writer passiert sind, die die nicht mitgekriegt haben. Und die verlieren wir dann vielleicht. Und das ist ja vielleicht schade. Und das ist also die Entscheidung, ob wir die verlieren wollen gerade oder nicht. Die wollen wir vielleicht als Menschen treffen, ob wir dann als Menschen nochmal nachgucken. Hey, war da noch was, was wir wissen wollten, was wir nochmal brauchen oder nicht. Also bei Failover ist quasi eine Frage, wie wir das machen. Genau, das ist Single Writer. Wenn wir Multi-Writer machen wollen, wird alles viel schlimmer. Denn dann können wir plötzlich den Fall haben, wie in unserem Bibliotheksgedankenexperiment, dass Leute das gleiche Dokument editieren wollen und wir echt in einer schwierigen Situation sind, das wieder zusammenzukriegen. Und wenn wir das mit Software machen, dann haben wir irgendwie Git und denken, oh, das machen Menschen. Das ist alles kein Problem. Menschen können das. Menschen machen das sehr gut. Menschen haben immer sehr viel Freude mit Merch-Konflikten. Und wenn wir das aber nicht als Menschen machen wollen, sondern das automatisieren wollen, dann gibt es zwei große Dinger dafür. Und das eine ist irgendwie ein Quorum, also ein Mehrheitsentscheid, dass sich das System vielleicht einigt auf eine geltende Wahrheit. Und das andere sind CRDTs. Wie würde das mit einem Quorum aussehen? Also es gibt da ganz tolle Algorithmen wie zum Beispiel Raft oder Paxos. Und die Idee ist, immer wenn ich als Nutzer eine Sache schreiben möchte, muss ich das auf ein bis n mehrere schreiben. Und abhängig davon, auf wie viel X-Server ich das schreibe, muss ich es auch von mehreren lesen. Ein Beispiel. Ich schreibe mein Update immer auf alle Datenbanken. Es reicht, das Update von einer Datenbank zu lesen. Ich schreibe mein Update auf zwei Datenbanken. Dann reicht es, bei zwei beliebigen nachzugucken, ob es ein Update gab. Wenn wir das schaffen, ist es dabei. Das heißt, anders gesagt, die Anzahl der Schreibzugriffe plus Lesezugriffe, W plus R, muss größer sein als die Anzahl Datenbankknoten, die ich irgendwie da vorhanden habe. Genau. Und dann sind wir auch schon bei einem ganz spannenden Problem. Was ist, wenn ich versuche, auf zwei Datenbankknoten zu schreiben und beim ersten habe ich Erfolg und den zweiten erreiche ich danach nicht mehr. Und dann liest das schon jemand, hat mein Commit dann geklappt oder nicht. Bei Single-Leader-Datenbanken gibt es das auch in der Variation. Ich schicke mein Commit ab. Mein Netzwerk geht kaputt. Ich weiß nicht, ist das Commit drüben angekommen oder nicht? Soll ich alles nochmal machen oder nicht? Das ist also sehr schwierig und interessant vielleicht. Aber da ist es ein bisschen kleiner und weniger dramatisch. Und wenn wir in der Situation sind, wo wir alleine im Wald unterwegs sein können und wollen und unsere Software geht immer noch, dann können wir nicht sagen, wir reden mit drei Datenbanken. Darauf können wir uns nicht verlassen, dass das klappt. Dafür greift das noch zu kurz. Genau. So ist das mit den Datenbanken. Von diesem Datenbank-Problem von MultiWriter, lasst uns gedanklich mal zum Frontend weitergehen. Wir haben ja so ein Internet mit Browsern und so und da machen wir eigentlich seit immer verteilte Systeme. Das ist ganz normal und nicht neu, dass wir gigantische Mengen JavaScript durch die Welt tragen und sagen, lieber Browser, hier ist neue Software, du tust jetzt so, als wärst du ein Malprogramm oder so. Und das Malprogramm hat dann eigene Zustände, die auch durch die Gegend getragen werden und sich unabhängig von Datenbanken entwickeln. Das hat sich also die letzten Jahrzehnte vielleicht noch intensiviert und ist mehr geworden. Und Container und MultiWriter-Datenbanken haben da eine gewisse Ähnlichkeit. Wir haben das Problem an beiden Stellen, wenn wir so wollen. Und es gibt so diese Perspektive von Local First Software. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr noch so ein altes Word oder so gestartet habt. Das ging immer. Solange ihr das alte Word noch erfolgreich installieren und starten konntet, ging das. Und es war ganz egal, ob irgendwie irgendwelche Server da waren oder ob irgendjemand bei diesen Serverleuten gerade eine Sicherheitspanne hatte oder nicht. Eure Daten waren auf eurem Rechner. Das hat alles großartig funktioniert. Man musste auch nie auf irgendwelche Ladezeiten warten. Man konnte nie in die Situation kommen, dass der ganze Service plötzlich teurer wurde oder Features fehlten. Also als Software-Nutzende ist das toll. Man kann sehr gut unabhängig arbeiten. Die Kollaboration leidet leichter ein bisschen. Also man kann irgendwie so über Windows-Dateifreigabe so weit kommen vielleicht, aber dann ist Ende. Und die Kollaboration ist häufig besser, wenn wir irgendwie noch Server als Stütze haben können. Und bei Local-First-Software geht es also darum zu sagen, was, wenn Software immer so gebaut wird, dass die zuerst auf einem Rechner alleine funktioniert und dann vielleicht im lokalen Netz. Und vielleicht kann die auch mit Servern zusammen funktionieren, aber vielleicht ist es auch okay, wenn es mal keine Server gibt. Und aus dieser Denkrichtung stoßen wir auf das gleiche Problem wie bei unseren Multi-Writer-Datenbein. Genau. Das ist, wie wir im Frontend das gleiche Problem haben können. Ähm, ja, ich trinke kurz einen Schluck. So. Ähm, lass mal praktischer werden. Lass mal über gemeinsames Tippen reden. Alice und Bob haben einen Text, den sie zusammen editieren und der Text heißt Hallo. Und Alice schreibt am Ende ein Ausrufezeichen und Bob möchte Leerzeichen Luke ans Ende schreiben. Äh, das heißt, wir haben direkt mal den Fall, beide wollen zusammen einen Text schreiben. Wir wollen es irgendwie in eine Tüte kriegen. Ähm, und wir wollen wenigstens, dass die den gleichen Text kriegen. Und wenn Carlos denen jetzt zuguckt, könnte es passieren, Carlos sieht am Anfang Hallo und Carlos hat einfach keinen Paketverlust, weil den Teil, den regeln wir schon. Aber vielleicht sieht Carlos danach bei T1, beim nächsten Zeitschritt, entweder Hallo Nook oder Hallo Ausrufezeichen. Und danach, wenn das andere Update ankommt, Hallo Nook Ausrufezeichen oder Hallo Ausrufezeichen Nook. Das ist schade, weil eigentlich wäre schöner, wenn Carlos genau eins davon sieht und nicht beides. Oder nicht unklar ist, was er sieht, weil wenn das unklar ist, äh, dann ist es sehr schwierig, zusammen Text zu editieren. Weil wir ja gar nicht wissen, was wir tippen und was dann später die Version ist, auf die wir uns vielleicht als Gruppe einigen irgendwie. Oder wo wir sagen, das ist jetzt auf jeden Fall, wie wir als Gruppe über uns reden wollen mit, Hallo, irgendwelchen Dingen dahinter so, ne. Ähm, genau. Es gab eine längere, ältere Lösung schon dafür, die wir auch in Google Docs sehen. Ihr kennt das, in Google Docs kann man gemeinsam tippen. Ähm, dieser Ansatz heißt Operational Transformation. Der ist von 1989 schon, der ist ein bisschen älter und länger erprobt. Und hier ist die Idee, alle Leute, die tippen, schicken ihre Updates zu einem Server. Und der Server entscheidet die Reihenfolge. Also der Server kriegt zwei Operations, sowas wie von, äh, von Bob, bitte anstelle fünf Leerzeichen Nuke einfügen. Oder von Alice, bitte anstelle fünften Ausrufezeichen einfügen. Der Server rechnet das um in zwei andere Updates, ne, das Ausrufezeichen kommt dann anstelle zehn rein und schickt das an alle. Das funktioniert, alle kriegen die gleiche Reihenfolge, aber wir sind irgendwie wieder in dem Problem, dass wir mit einem Server zu tun haben. Und dass wir da noch nicht rauskommen. Ähm, und das ist das Problem. Das sind auch genau die Einschränkungen, ne. Wenn wir kein, wenn wir kein Internet haben, können wir plötzlich nicht tippen. Das ist auch schade, weil die Tastatur ist da und funktioniert herzlich gut. Ähm, und im Fall von Google Docs, wenn ihr mit 100, also wenn ihr mit mehr als 100 Leuten tippen wollt, dann geht das nicht. Also es können gerne mehr Leute zugucken, weil, weil dann so eine, äh, Leader-Follower-Replication passiert. Ähm, aber nicht mehr als 100 Leute können zugleich einen Google Doc tippen. Und vielleicht ist das aber ganz interessant. Warum sollen wir diese Grenze eigentlich in Kauf nehmen? Ähm, man stellt sich raus, das müssen wir überhaupt nicht. Es gibt Software wie Hedgehog, die das sehr gut ohne diese Grenze kann. Hedgehog benutzt eine JavaScript-Library, die YJS oder YJS vermutlich heißt. Ähm, und die hat eine CRDT-Implementation für Text, die wir uns gleich angucken wollen. Ähm, Text ist auf jeden Fall eines der schwierigeren Probleme hier, weil wir irgendwie sehr viel damit zu tun haben, nicht nur Sachen einmal zu sehen, sondern Sachen in der gleichen Reihenfolge auch zu sehen. Ähm, da gab es auch, äh, auf der Hydra Conference on Distributed Computing, ähm, gab es von Martin Kleppmann auch einen schönen Talk, CRDT's the Hard Parts, wo er diese Dinge in mehr Detail, äh, durchkaut. Ähm, genau, ähm, und eine Art Text verteilt zu editieren ist, man kann sich dem mit Mengen nähern. Nehmen wir das falsch geschriebene Hallo mit nur einem L, äh, und das Intervall 0 bis 1, dann können wir so tun, als wäre jeder der Buchstaben an einer Stelle auf diesem Intervall. Oder anders, wir sagen, das H ist bei 0,2, das A ist bei 0,4 und so weiter und so fort. Und wenn Alice und Bob jetzt tippen wollen, bilden wir nur die Vereinigungsmenge von dem, was sie noch dazu tippen und alles ist sehr gut. Und dann kriegen wir ein System, wo die beiden zumindest unabhängig voneinander tippen können, zu jeder Zeit. Und wo Alice in den Wald gehen kann, eine Woche tippen kann, dort Carlos trifft, der auch eine Woche mit ihr da tippt, die machen tolle Textarbeit. Und nur eine von beiden muss es wieder ins Internet schaffen und wir kriegen den gleichen Text. Also wir müssen nicht mal alle mit allen reden. Das funktioniert über Eck, wie so ein Arpanet. Wir sind richtig, wir kommen klar, äh, auch wenn wir ganz wenig Netzwerk nur haben. Ähm, aber wir haben noch ein Problem. Hinter dem Hallo wollen jetzt sowohl Alice als auch Bob beide was anderes tippen. Und kommen auf die Idee, äh, Alice sagt, ist auf jeden Fall die Nuke grad dran und Bob ist mehr so weltoffen an dieser Stelle und sagt, ist auf jeden Fall Hallo Welt, das hab ich schon mal gesehen, das kommt da hin. Ich weiß, dass das da hinkommt. Ähm, und wir haben jetzt so ein bisschen so ein Sortierproblem, nicht wahr? Ähm, wir können als einfache Regel, damit alle immer das Gleiche sehen, sagen, wenn die Position gleich sein sollte, nehmen wir das alphabetisch Erste. Das Resultat, Hallo Welt, ist wenigstens für alle das Gleiche, ist meistens nicht, was Leute beim Texte tippen haben wollen, ähm, aber das Gleiche hinkriegen schaffen wir schon. Das ist tatsächlich eine Art und Weise, wie viele Text-CRDTs implementiert werden, aber nur viele, nicht alle. Wir können das besser machen. Ähm, wenn wir das besser machen wollen, können wir zum Beispiel überlegen, ein Dokument zu haben mit einer ID und unserem Starttext. Und bei diesem Dokument gehen wir dann in die Situation, dass wir die Einfügung, die beide machen, in Bezug zu ihrem Ursprung, also dem Vorgängerdokument setzen und wir sortieren diese Einfügung in unserer zeitlichen Reihenfolge nach der ID, die sie haben. Und das heißt, hier wäre jetzt das Einfügen des Ausrufezeichens zuerst. Vielleicht bedeutet das, dass sich diese Position verschiebt oder nicht. Das ist Frage der Implementation, das müssen nur alle gleich implementieren. Und danach würde das L eingefügt werden. Und wenn wir das dann machen, äh, und beide sagen wieder, hey, es ist ja auch noch Nook oder Welt, dann kriegen wir den gleichen Text. Er ist weniger Unfug als vorher. Vielleicht müssen wir nochmal über diese Reihenfolge reden oder ob wir nicht eins wieder löschen. Stellt sich raus, die meisten Leute, die Text tippen, schaffen das, Backspace zu benutzen. Wir haben noch gar kein Backspace. Ja, nun, was wir machen können, ist, wir können sagen, Backspace ist einfach ein besonderes Zeichen. Das packen wir auch da rein. Das wird einfach angehängt und wir zeigen das nur anders an. Das ist sehr gut. Dann kriegen wir Text hin. Text sehr stabil zusammen, gar kein Problem für uns. Wir haben die Hard Parts jetzt schon geschafft fast. Aber es gibt auch noch ein paar Gesetze. Es gibt Gesetze, wir hatten das, wir wollen eigentlich alle das Gleiche. Irgendwie, irgendwo und irgendwann wollen wir das Gleiche. Uns ist eigentlich ein bisschen egaler, wann wir das haben. Wir tauschen lieber, dass wir immer arbeiten können und sehr damit okay sind, mal kein Internet zu haben. Dafür, dass das gemeinsame Dinge haben, vielleicht ein bisschen später kommt. Und ein bisschen später kann, je nachdem, wie unser System funktioniert, das kann Millisekunden sein, das kann Tage sein. Das ist uns absolut egal. Und wir nennen diese Eigenschaft Konvergenz. Konvergenz ist, alle Teilnehmenden des Systems, die die gleichen Änderungen gesehen haben, haben immer den gleichen Zustand Daten, den sie daraus ableiten. Genau, Konvergenz ist unsere Lieblingseigenschaft hier. Und um die zu bekommen, gibt es noch so ein paar Dinge, die super hilfreich sind. Und eins dieser Dinge ist Ideenpotenz. Das heißt, wenn wir so eine Änderung haben, wir fassen zum Beispiel unsere beiden Änderungen A und B zusammen, dann muss das gleich sein mit dem Zusammenfassen von A und B und dem nochmal Zusammenfassen von B. Denn in Netzwerken ist es manchmal enorm schwierig, rauszukriegen, haben wir schon eine Änderung gesehen. Wenn wir so ein Oompa-Lump haben, wo alle mit allen reden und wir nicht wissen, wer hat schon mit wem geredet, dann müssen wir damit klarkommen, dass was mehr als einmal passiert. Und wenn wir so Schalter haben an Armaturen, ist es manchmal total praktisch, einen separaten Anschalter zu haben. Denn wenn ich mich nicht erinnern kann, ob ich den schon gedrückt habe, möchte ich nicht so einen Kippschalter haben, wo ich es vielleicht nochmal aus- und dann wieder anmachen muss oder so. Sondern vielleicht drücke ich einfach den Anschalter nochmal und das ist dem System egal. Und das ist, wie Ideenpotenz funktioniert. Und das wollen wir von CRDTs. Wir wollen auch, dass die kommutativ sind. Dass die Reihenfolge, in der wir Änderungen sehen, uns sehr egal ist. Wenn wir zwei Datenbanken haben und eine kennt nur A und die andere B und dann tauschen die sich aus und die eine sieht halt B als zweites und die andere A als zweites, dann sollen die sich auf das Gleiche einigen können. Ganz egal von dieser Reihenfolge. Das müssen wir also auch gewährleistet bekommen. Und als letztes, wir wollen häufig, nicht bei allen CRDTs, aber sehr häufig, wollen wir auch Assoziativität. Dass wir ein bisschen umklammern können, dass wir da freier sind. Ja, das sind häufig so Eigenschaften, die wir an Gesetzen davon haben wollen. Falls ihr eine Frage habt, schießt gerne los. Zudem, zu unseren Gesetzen, gibt es CRDTs auch noch in Geschmacksrichtung. Und zwar in State-Based und Operation-Based. State-Based ist, wir haben so einen Zustand und dann haben wir einen anderen Zustand und wir fassen die zusammen in einen Folgezustand. Wir merchen die. Und Operation-Based ist, jemand tut irgendwas und sagt einfach nur, ich habe das jetzt getan und wir interpretieren eine Folge von ich habe das jetzt getan, wo entweder die Folge egal sein muss oder wir so lange warten müssen, bis wir das alles hinkriegen. Das wäre zum Beispiel wie unser Text CRDT mit dieser Baumstruktur. Wir kriegen immer so Updates. Und vielleicht kriegen wir auch mal ein Update, wo wir das Parent-Element noch gar nicht kennen. Und dann wissen wir, okay, da passiert noch was, aber wir können das erst in der Zukunft ausrechnen. Das wäre zum Beispiel mehr Operation-Based. Wenn wir das nehmen, diese Gesetze und diese Geschmacksrichtung, können wir uns ein paar Beispiele für CRDTs gönnen. Zum Beispiel können wir Ziele damit bauen, wir können Mengen bauen, wir können Register, also einzelne Werte uns irgendwie angucken und vielleicht updaten. Wir können sowas wie Maps oder Objects bauen und wir können auch Listen damit handhaben. Listen sind eigentlich fast nur Text, also das ist halt nicht mit Buchstaben, aber genau. Das können wir machen und damit kriegen wir schon fast den ganzen Kasten an Bauteilen für Datenstrukturen, die wir sonst so vielleicht häufig bewegen, irgendwie hin. Genau. Lass uns mal mit Zählern anfangen. Zähler. Alice und Bob gehen Krähen zählen. Und es gilt, wir zählen, und die Duplikate sind uns egal, die können gerne doppelt gezählt werden. Und es wird nur hochgezählt. Wir haben keine Unkrähen. Wir haben nicht Krähe, die verschwindet und dann als Verschwundene gezählt wird oder so erstmal. Also wir zählen nur hoch. Vielleicht haben wir so eine Datenstruktur. Das wäre so ein State-Based CRDT, Alice und Bob. Bob, während sie noch zusammen im Wald sind, haben schon mal fünf Krähen gezählt. Alice hat zwei, Bob hat drei. Und dann trennen die sich und gehen unterschiedlicher Wege, um dort Krähen zu zählen. Und Alice zählt von zwei auf sieben hoch. Und Bob auf fünf. Von drei auf fünf. Bob hat nicht so viel Glück mit den Krähen heute. Und beide wissen zu jeder Zeit, okay, das ist, denken sie, so viele Krähen haben sie. Und das Zusammenführen geht auch. Die können sich dann wieder treffen und ein gemeinsames Dokument bilden. Wo sie wissen, okay, wir haben jetzt zusammen vermutlich zwölf Krähen gesehen. Alice, sieben, Bob fünf. Das ist überhaupt kein Problem. Und das geht jederzeit. Das würde auch gehen, wenn einer von beiden jetzt irgendwie eine längere Reise im Wald hätte. Oder irgendwie, also das ist uns ganz egal, wann die sich sehen. Und die können unabhängig jederzeit weiter zählen. Das sind, also als Menschen, wenn wir Text in der Hand haben oder Papier, sind wir das eigentlich sehr gewohnt, dass sowas geht. Für Software häufig erstaunlich schwierig. Und warum geht das eigentlich? Das geht, weil, also, weil das Maximum von zwei Zahlen konvergiert. Das Maximum von fünf und fünf ist auch immer fünf. Also egal, wie häufig wir fünf noch dazunehmen. Wir sind sozusagen ideenpotent. Das Maximum ist kommutativ. Maximum von zwei und drei ist das gleiche wie Maximum von drei und zwei. Das konvergiert. Und wenn wir quasi pro Person, die mitzählt, das Maximum nehmen, dann kriegen wir ein Dokument, wo wir konvergieren können. Das ist, wie wir hochzählen können. Vielleicht wollen wir aber eigentlich nicht nur hochzählen. Vielleicht haben wir den Fall, Bob hat aus Versehen Pinguine für Krähen gehalten und wir müssen das wieder runterzählen. Was können wir machen? Wir können sagen, wir haben einen zweiten Counter, der auch nur hochzählt. Der ist für negative Krähen. Oder für Krähen, die sich, also für andere Tiere, die sich als Krähen tarnen. Das ist wahrscheinlich in dieser Welt ein Problem, das sehr häufig ist, nehme ich an. Wenn wir das Operation-Based machen wollen würden, könnten Alice und Bob einfach immer Deltas veröffentlichen. Davon, wie viel, wie ihre Zählerstandänderung ist. Und jedes Delta kriegt eine eigene ID. Deshalb zählen wir keins doppelt. Wir haben dann aber das Problem, dass wir uns um alle IDs kümmern müssen und immer im Auge behalten müssen, haben wir diese Änderung schon mal gesehen oder nicht. Aber weil Addition kommutativ ist, ist uns auch hier egal, in welcher Reihenfolge das kommt. Das ist, also wir haben Kommutativität, wir haben auch wieder Ideenpotenz dadurch, dass wir IDs, Dinge mit einer ID nur einmal in Erwägung ziehen. Und das wäre quasi, wie wir Counter machen können mit CRDTs. Wir können auch Mengen machen. Mengen von Dingen. Beispiel, wir, ähnlich wie bei unseren Operations eben, die werden einmal veröffentlicht, wir ändern die danach nie wieder und wir merchen unsere Sets von Dingen mit der Vereinigung von Mengen. Wir sagen, wir nehmen einfach die Dinge, die wir alle finden und deduplizieren sie anhand ihrer ID und dann kriegen wir eine große Menge und in die können wir den ganzen Tag Sachen hinein publizieren und vielleicht können wir unabhängig davon noch sagen, welches wir gerade sehr gerne mögen oder so davon. Dann haben wir quasi so eine Menge an Dokumenten, auf die wir uns gemeinsam einigen könnten. Das ist eigentlich auch gar nicht so weit weg von Git fast. Also wir haben ja schon einen Haufen Comments mit eigenen IDs, die wir danach nie wieder ändern. Aber das wächst ja nur. Vielleicht wollen wir auch mal festhalten, dass was nicht mehr da ist und ähnlich wie bei Countern können wir dafür ein zweites Set nehmen. Hier heißt es dann ein Two-Face-Set. Eins der Sets ist für die Dinge, die da sind und die wir als vorhanden verstehen. Und das zweite ist ein Set, ist eine Menge von Grabsteinen, die nur sagen, Sachen aus dem ersten Set, die nicht mehr gelten. Und dann können wir uns Regeln bauen, um das zusammenzufügen. Wir können sagen, unsere Grabsteine sind einfach auch wieder die Vereinigungsmenge über alle Grabsteine, die wir sehen. Und die Menge von Dingen, die wir für lebend halten, ist die Menge von allen Dingen, die wir sehen, minus die Vereinigung aller Grabsteine, die wir gesehen haben. Alles, was noch nicht unter der Erde liegt, ist noch aktiv, ist noch da. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel für, wir sind in der Lage, gemeinsam ein Set von aktiven Elementen zu pflegen und sie wieder rauszuschmeißen. Das hätten wir damit. Wir haben jetzt noch nicht verändern von Dingen. Manchmal wollen wir ja nicht nur sagen, es gibt jetzt was und dann gibt es das nicht mehr und kann es das auch nie wieder geben, sondern muss es ein neues, anderes etwas geben, das vielleicht die gleichen Daten hat, aber sonst anders ist. Sondern wir wollen ja manchmal auch Dinge updaten. Und dafür sind Register gut. Register ist häufig das benutzte Wort in Papern zu CRDTs für, hier ist ein einzelnes, veränderliches Ding. Und unser Problem ist auch wieder, Leute verändern zugleich einen einzelnen Wert. Das ist ja eigentlich das, warum wir das Ganze auch machen. Und wir müssen das zusammenkriegen. Und eine Art zum Zusammenkriegen ist einfach zu sagen, es gibt viele Werte. Das ist alles gar kein Problem. Wir haben alle Werte zugleich oder zumindest alle Werte, wo noch nicht, also Werte können ja zum Beispiel sagen, sie haben einen Vorgängerwert, ähnlich wie bei unserem Text-Szenario. Dann gibt es viele mögliche Werte und wir sind in der Situation, dass wir mit Software sehr leicht sagen können, okay, hier gibt es mehrere. Wie gehen wir als Software damit um, wenn es mehrere gibt? Oder sogar, wir geben das Problem an Menschen weiter und sagen, hier gibt es mehrere Werte und die könnten alle gelten, aber jemand müsste vielleicht auch mal entscheiden, welche jetzt mehr gelten sollen oder so. Ein anderer Ansatz, der häufig populär, weil einfach ist, sind Last-Right-Wins-Register. An sich, seid ihr vielleicht schon mal drüber gestolpert, Zeit ist auch schwierig in verteilten Systemen. Unterschiedliche Knoten haben nicht nur falschgehende Uhren, sondern haben auch dauernd Uhren, die gleich gehen. Und dann ist Reihenfolge auch schwierig, aber das können wir lösen, indem wir entweder einen absurd präzisen Timestamp nehmen oder ans Ende von unserem Timestamp noch genügend Random-Bytes dranklatschen, dass wir das Problem gar nicht haben zum Beispiel. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie wir sagen können, welches vor dem anderen passiert ist und dann wäre die Idee zu sagen, okay, nur das Neueste halten wir für das Aktive und wir sind wieder in der Situation, dass das konvergiert. Jawohl. Dann wollten wir über Maps reden. Maps können wir uns schon zusammenbauen. Wir sind schon in der Situation, wo wir uns Sachen zusammenbauen können, denn vielleicht ist ein Map, auch eine Map oder ein Object von Dingen auch nicht viel mehr als ein Set von Tupeln von Dingen, wo einer der Werte in jedem Tupeln halt der Key ist, anhand dessen wir rauskriegen, um welche Eigenschaft wir reden oder über welche und das andere ist halt der Wert. Und wenn wir die Eigenelemente von unserem Set dann auch noch updaten wollen, dann können wir vielleicht auch noch einen Timestamp dazunehmen und sagen, wir machen Last Ride Wins über den einzelnen Einträgen und schon sind wir in der Lage, große Objekte gemeinsam zu pflegen, auch wenn wir alle mehrere Wochen Urlaub machen ohne Internet. Genau. Das ist, wie wir Objekte realisieren können mit CRDTs. Listen? Wir hatten das doch schon. Listen sind einfach nur Text von Dingen, die halt jetzt keine Buchstaben sind, sondern Objekte. Wir können, wenn wir eine Append-Only-List machen, können wir das ein bisschen einschränken, dann ist die Position nämlich egal, an der wir einfügen. Es ist immer am Ende. Aber es gibt den besonderen Effekt, dass wenn wir solche Updates bekommen, manchmal Sachen sich noch dazwischen schleichen, weil sie halt woanders passiert sind. Also es ist nur zunehmend am Ende Einfügen in der Praxis dann und je weiter vorne das passiert, desto unwahrscheinlicher wird das sozusagen. Aber wir könnten das auch generalisieren auf Einfügen in Listen oder in Sequenzen. Genau. Das wäre sozusagen, wie wir Listen machen können. So, wir haben häufig ja irgendwie dann so Trade-Offs. Also was geht hier eigentlich vor? Können wir tatsächlich diesen ganzen Kram so bauen, ohne etwas dafür hergeben zu müssen? Weil häufig sind solche Sachen, wenn wir eine oder eine andere Art bauen können, sind ja irgendwie ein Trade. Also wir entscheiden uns für Sachen und das bedeutet häufig auch eine Entscheidung gegen Alternativen, gegen andere Möglichkeiten. Und vielleicht haben wir hier auch das Problem. Und bei CRDTs sind globale, systemübergreifende Eigenschaften, sind deutlich schwieriger zu machen nur, als wenn wir eine einzelne Datenbank haben. Wenn es nur eine Datenbank gibt, ist alles, was da drin Tatsache ist, immer auch eine globale Tatsache irgendwie. Aber wenn wir alle unterschiedliche Daten auf unseren Rechnern durch die Gegend tragen, ist es sehr schwer zu sagen, gilt was für all unsere Rechner. Bei Zählen heißt das zum Beispiel, wenn Alice und Bob Krähen zählen gehen und wir haben Hunderttausende von Alice und Bobs. Rauszukriegen, ob wir jetzt alle wieder eingesammelt haben nach einem Jahr Krähen zählen, ganz schön schwierig. Anderes Beispiel. Stellt euch vor, ihr hättet auf euren Tischen alle einen Buzzer, den ihr drücken könntet, um eine Zahl um eins zu erhöhen. Und wir hätten einen Zähler, der geht bei eins los und wir wollen bis 50 zählen gemeinsam. Es ist absurd schwierig, ich würde es total gerne mal praktisch ausprobieren überhaupt, aber es ist absurd schwierig, gemeinsam die Buttons nur so häufig zu drücken, dass wir genau bei 50 landen und nicht drüber. Aber schon das erste Drücken könnte zu viel sein. In solchen Situationen landen wir dann quasi. Globale Constraints werden echt schwierig und man muss sich überlegen, ob man damit umgehen kann, ob man das in Kauf nimmt oder ob man vielleicht sagen kann, wenn wir ein System haben, das zu viel drückt, dann kann vielleicht jemand wieder runterdrücken oder so. Also wenn wir sowas machen können, dann ist alles gut. Wenn wir das nicht machen können, müssen wir vielleicht über Alternativen nachdenken. Ein anderes Ding sind so Graph Constraints. Dateisysteme sind häufig Graphen. Wir haben da so Knoten mit Verzeichnissen, die Unterknoten haben. Ihr könnt das zu Hause auf euren Laptops ausprobieren. Ihr könnt sagen, ich mache ein Verzeichnis, da drin mache ich ein Verzeichnis und dann verschiebe ich das Elternverzeichnis in das Kinderverzeichnis und dann ist das Dateisystem traurig. Nicht ganz. MV beschwert sich und sagt, das ist mein. Das machen wir hier so nicht. Wir lassen das. Das wollen wir in Dateisystemen nicht. In verteilten Dateisystemen ist das deutlich schwieriger. Auch wieder in diesem Talk CRDT's the Hard Parts gab es das Beispiel 2020, dass Google Drive das nicht konnte. Google Drive erlaubt euch, toll Dateien von einem Rechner zum anderen zu synchronisieren. Es gibt auch ganz viele Google Drives, die alle nicht von Google sind. Aber stellt euch vor, ihr habt zwei Rechner, ihr geht mit beiden offline und ihr habt zwei Verzeichnisse A und B. Und im einen verschiebt ihr A in B und im anderen B in A. Google Drive hatte dann eine Weile ein Fehlerverhalten, das halt einfach stuck war, wo es gesagt hat, wir können leider nicht weitermachen, weil noch nicht alle Updates da sind. Und dann konnte man sagen, okay. Und dann hat das festgestellt, wir können hier leider nicht weitermachen, weil noch nicht alle Updates da sind. So, das haben die, denke ich, seitdem gelöst, aber das ist was, wo man sich überlegen muss, wie man damit umgehen kann oder will. Und für so Graphenprobleme heißt das häufig, wenn wir unsere Änderungen im Dateibaum als Liste von, als Stream oder Liste von Änderungen verstehen, wo vorne welche noch dazukommen können, dann müssen wir unseren Ist-Zustand neu interpretieren. Immer wenn wir eine frühere Änderung noch entdecken, müssen wir sagen, halt stopp, vielleicht sieht das ganze Dateisystem doch ein bisschen anders aus, als wir bis eben gerade dachten. Genau, also sowas ist deutlich schwieriger. Das ist die ganze Kiste. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bevor ich direkt noch zum Wrap-Up komme, es gibt in diesem PDF, das PDF ist auf der Seite verlinkt, gibt es noch einen Haufen Links zu interessanten Papern, fand ich, zu Dingen, die ich im Internet gefunden habe, zu einem Haufen interessanter Talks auf YouTube und zu einem Haufen Seiten in der Wikipedia, weil ich da auch super gerne verloren gehe. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, wir sind... Einen Moment, der Sprechstott kommt zu dir. Als das mit den Änderungen, die zum Unsinns-Text geführt haben. Also, wenn ich ein System nehmen möchte, was das nicht hat, sondern im Zweifel Hallo Welt Nook ausgibt, wie nennt man das? Das sind, ich würde sagen, Tree-Based CRDTs, ist häufiger, was ich dafür gelesen habe. Also, wir sind schon bei Text-CRDTs, also welchen, die sich um Text kümmern und da gibt es welche, die Bäume benutzen und welche, die Mengen benutzen. Und mein Eindruck, soweit im letzten Jahr, war jetzt der, dass diejenigen davon, die Bäume benutzen, die anscheinend robuster sind, ich habe für beide noch nicht so richtig viele Use Cases benutzt. Aber es gibt, für beides gibt es für viele Sprachen Bibliotheken. Es gibt auch eine Reihe, ein paar Datenbanken, die auch solche Konzepte benutzen. Aber ich glaube, die Sache, auf die es hinausläuft, ist, man muss echt gucken, ob diese Probleme möglich sind für einen und ob man sie dann haben möchte oder nicht. Vielen Dank. Ich hoffe, das geht weiter. Danke. Ja, danke für den schönen Einstieg in dieses spannende Thema. Ich habe im letzten Jahr auch etwas mit CRDTs gespielt. Du hattest beschrieben, das Problem bei Operational Transformation, Beispiel von Google Docs, was da nicht so gut funktioniert. Wir haben noch ein paar weitere Probleme mit Google Docs und den ganzen anderen Lösungen, die es da gibt, Airtable und Co. Die meisten brauchbaren Lösungen bisher sind alle nicht Open Source. Wenn man das mit Operational Transformation macht, funktioniert das halt nur mit begrenzter Anzahl an Personen. Offline-Funktionalität ist bei vielen der Anwendungen nur eingeschränkt. Ich komme aus einem Umfeld, wo ich sehr viel mit NGOs zu tun habe, die wirklich große Vertraulichkeit für ihre Daten brauchen und dann natürlich das nicht von irgendwie Big Cooperation gehostet haben wollen, die dann Zugriff auf die Daten haben. Wir wollten deswegen eine Open Source-Lösung, die man selbst hosten kann und natürlich reviewen kann. Aber wir hatten noch ein weiteres anspruchsvolles Ziel. Wir wollen komplett Ende-zu-Ende Verschlüsselung. In dem Moment, wo du etwas schreibst, wird es verschlüsselt. Und nur an die Teilnehmer, an die du es verschlüsselst, die können es später wieder lesen. Das heißt, selbst wenn der, der es hostet, nicht vertrauenswürdig ist, hat der keinen Zugriff auf deine Daten. Im schlimmsten Fall kann der ein Denial-of-Service machen. Wir haben jetzt einen Prototyp implementiert. Vor einem Monat einen Vortrag darüber gemacht. Ich denke, in einem Monat wird dann das offizielle Release kommen. Das Projekt nennt sich Forms Wizard. Also quasi einmal Google Forms in Open Source. Ah ja, spannend. Danke sehr. Ja, ich sage auch vielen Dank. Ein Cliffhanger war jetzt drin. Wie löst denn Google Drive jetzt dieses Beispiel auf, wenn ich A nach B schiebe und B nach A? Genau. Also mein Verständnis ist, wir nehmen die Änderungen, die wir haben und bringen sie in eine Sequenz. Das ist ähnlich, wie wir das bei Text mit so einer Baumstruktur gemacht haben. Und immer, wenn wir irgendwo auf unserer zeitlichen Baumstruktur noch eine Änderung eingeschoben bekommen, müssen wir von dort aus losgehend gucken, ob wir nachfolgende Änderungen haben, die nicht erlaubt sind. Und wenn die nicht erlaubt sind, können wir die zum Beispiel ignorieren. Also wir würden zum Beispiel nur, wenn wir diesen Befehl zuerst sehen, würden wir den ignorieren. Alle würden den ignorieren. Aber das heißt, dass die Systemteilnehmenden, die zuerst diesen gesehen haben, sich nochmal umentscheiden müssten. Die Alternativen, das zu implementieren, wären sowas wie zu sagen, okay, ein Verzeichnis zu verschieben, heißt eigentlich, hier drin eine Kopie anzulegen und wir hätten dann vielleicht beide Verzeichnisse mit Kopien des jeweils anderen da drin. Das ist häufig nicht, was Leute erwarten, wenn sie ein Verzeichnis verschieben. Beide Verzeichnisse nicht zu haben, würden wir wahrscheinlich sehr sicher nicht wollen. Aber das sind die Entscheidungen, die wir beim Implementieren dann quasi fällen müssten. Ja, genau. Das ist das. Vielen Dank. Vielen Dank.